Du willst dir ein fünfstelliges, passives Einkommen im Internet verdienen? Meinst du, das zieht? Servus, hier ist wieder der Philipp von GYMATV. Dieses Mal wende ich mich an euch, denn wir wollen diesen Weg bewusst über YouTube einschlagen, denn wir suchen einen neuen Content Creator-Marketing-Verantwortlichen. Wenn ihr uns kennt, wisst ihr, dass wir klassischer Wohnmobil-Campervans und Wohnwagenhändler sind. Durch unseren YouTube-Kanal GYMATV sind wir sehr aktiv dort, aber haben auch natürlich auf Insta und TikTok sehr viel zu tun. Es gibt aber auch ganz viel andere Online-Marketing-Kampagnen, die wir machen. Und aktuell begleitet mich da der Josch als Content Creator, der hier neben seinem Studium ein bisschen angefangen hat. Geht jetzt allerdings wieder zum Masterstudium. Deswegen suchen wir jetzt für die Stelle jemanden Neues. Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich dabei um eine hybride Stelle. Das heißt natürlich, auf der einen Seite haben wir dieses klassische Content Creation, sprich mit Premiere Pro auseinandersetzen, mit Photoshop. Wir filmen beispielsweise mit der Sony Alpha 7. Da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich bin da auch immer ein Fan von vielen neuen und guten Ideen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich mega gut, wenn du dich auch für diese Management-Sachen interessierst. Das heißt, du darfst auch mal für uns eine Online-Kampagne komplett planen. Du darfst auch mal mit den Agenturen sprechen und das Ganze korrespondieren und da einfach auch organisieren. So ist gut. Das müssen die Content Creator bei GYMA so hinter den Kulissen arbeiten. Du sollst dich natürlich für unsere Produkte und Themen interessieren, also für das Camping an sich oder ich sage mal auch Vanlife. Das ist ja gerade sehr am Kommen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Es ist jetzt nicht wichtig, dass du da drin Experte bist oder dich mit der Technik gut auskennst. Das ist natürlich aber sehr hilfreich, wenn du da auch die ein oder andere Emotion in dir selber wecken kannst. Wir selber haben sehr viel Spaß an dem Thema. Unsere Firma ist sehr familiär. Es wird ein sehr lockeres Umfeld sein. Die Arbeit wird auch sehr abwechslungsreich sein. Das heißt, du wirst auch viel mit mir unterwegs sein. Wir werden mal zu den Herstellern fahren, uns Produkte anschauen, Neuerscheinungen rausbringen. Also ganz viele verschiedene Facetten, aber auch mal die Mitarbeiter ablichten und auch mal das Unternehmen porträtieren, wie man so schön sagt. Du sitzt also nicht die ganze Zeit am Schreibtisch. Das ist natürlich auch eine Komponente, die Videos zu schneiden beispielsweise. Aber wir werden auch mal viel draußen am Hof rumlaufen und auch mal rausgehen. Und die Arbeitszeiten generell sind auch nicht immer so starr. Das kann auch mal sein, dass wir bis abends irgendwo sind und was abfilmen, dass wir mal morgens früh raus müssen. Aber grundsätzlich ist das alles sehr flexibel in dem Bereich bei uns gestaltet. Der Arbeitsort wird Wertheim sein. Ist mir natürlich wichtig, dass du dann auch in Wertheim arbeitest. Das heißt, es wäre schon gut, wenn du aus der Nähe Würzburg, Aschaffenburg, Wertheim kommst. Wenn du natürlich für den Job hierher ziehst, wäre es natürlich auch gut. Aber wichtig ist, oder das ist mir auch wichtig zu erzählen, dass wir dann vor Ort miteinander arbeiten. Wir müssen auch viel miteinander sprechen. Und es ist natürlich auch gut, wenn du die Kollegen auch tagtäglich im Business dann auch siehst. Wir suchen die Stelle für Februar, März. Oder sage ich jetzt mal Frühjahr. Wäre natürlich besser, weil der Josch Ende Februar dann fertig ist, dass wir dich dann auch noch mal in die Welt einführen können. Wenn du dich durch das alles hier angesprochen fühlst, schick uns gerne deine Bewerbung an bewerbungen.goemaworld.de Wir werden es hier unten noch mal einblenden. Und dann sehen wir uns vielleicht. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn vielleicht auch schon mal ein paar Referenzen dazukommen. Du kannst auch mal ein kleines Video mitschicken, um uns einfach mal zu zeigen, was du kannst. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja dann. Und dann sehen wir uns ja dann.